Ich hoffe, ihr seht einigermassen hier drauf. Ich habe mal wieder meine Zeichnungsskills vorgenommen für heute. Janis hat mich dabei unterstützt. Merci vielmals. Und zwar begeben wir uns heute in ein Dörf von Solarlampen. Das hier ist Fridolin, die grösste von den Solarlampen. Und die Solarlampen haben verschiedene Gewohnheiten, wie sie miteinander leben und miteinander unterwegs sind. Und als Solarlampen muss man logischweise immer zu Leicht kommen. Und darum ist der Lebensinhalt von Fridolin eigentlich, er macht sich immer wieder auf die Suche nach Leicht. Und wo könnte er anderes Leicht finden als bei den anderen Solarlampen, weil das sind ja auch Lampen und die Leuchten. Und sein Lebensziel ist eigentlich, dass möglichst viele von diesen Lampenköpfen hier zu ihm zu zeigen. Zu ihm zugeneigt sind. Das hier sind meine schönen Solarpanels. Und die Idee ist, dass alle Lampen rundherum zu ihm zeigen. Also er ist eigentlich sein ganzes Leben lang darauf aus, dass er genug Leicht bekommt von den anderen Lampen rundherum ihn. Und er merkt dann, irgendwann ist er mega an seine Grenzen gekommen, weil zum Beispiel den Fritz, den wir hier haben. Der Fritz, den hat Fridolin überhaupt nicht gerne. Der schaut viel lieber in die andere Richtung und er kommt nie ein Licht vom Fritz rüber. Er kommt auch nie ein Licht vom Bidu rüber. Einen weiter rüber. Und irgendwann geht ihm einfach mal das Licht aus. Er hat kein Licht mehr und er merkt, es ist so mega anstrengend, auf die Suche nach dem Licht zu gehen. Und an diesem Tag hat er etwas anderes gefunden, etwas viel cooler, viel gäbigeres. Vielleicht rechnet er schon alle damit, mega Überraschung. Und zwar, wenn ich es erschaffe, die Sonne. Der Fridolin hat die Sonne gefunden und er hat gemerkt, dass es eigentlich viel gäbiger ist im Leben eines Solarlampen, als du eine Sonne in deinem Leben hast. Weil, wenn du plötzlich nicht mehr schauen musst, ob Fritz und Bidu mit ihren Lämpchen bei dir auf deinem Solarpanel leuchtest, sondern du weisst, du kannst immer bei Sonnen aufladen, dann wird das Leben schon mal um einiges einfacher. Er hat also eine Quelle gefunden, wo er immer zu leicht kommt und wo er plötzlich nicht mehr auf die anderen Lämpchen angewiesen ist. Und dann fängt es dann plötzlich auch gar nicht mehr Rolle an zu spielen, wie viele von den anderen Lämpchen das eigentlich bei einem auf dem Solarpanel drauf scheinen. Vielleicht habt ihr so etwas mitdenken können, was es auf unser Leben heissen könnte. Wir sind alle sehr fest auf Anerkennung aus. Wir sind sehr fest darauf ausgerichtet, dass unsere Menschen rundherum uns Liebe geben. und eine positive Meinung zu dem, was wir machen, uns positiv begegnen in dem, was wir in unserem Leben machen. Genauso ist auch Fridolin in seinem Solarlampen-Dörfli immer darauf ausgesehen, das Licht der anderen zu bekommen, dass er scheinen kann. Die Liebe bei den anderen zu holen, die Meinungen der anderen waren sehr wichtig. Wenn jemand zu ihm hergeleuchtet, war es sehr schlimm. Wenn jemand zu ihm hergeleuchtet, war es sehr schön. Genau so gibt es in unserem Leben Momente, in denen wir uns sehr fest davon leiten lassen, was andere Menschen über uns sagen, was andere Menschen über uns denken. Und gehen so durch das Leben, dass möglichst viele von diesen Menschen rundherum uns zugeneigt sind, uns Liebe schenken. Ich kann euch das leider nicht zeichnen, aber ich habe hier ein paar Reihenfolge aufgeschrieben, wie man durch das Leben gehen kann, von was man sich leiten kann. Man geht davon aus, dass es so eine Sonne gibt, dass es so einen Gott gibt, wo man immer wieder Anerkennung und Liebe holen kann. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass am Anfang von unserem Leben, das ist glaube ich die Möglichkeit, die bei vielen von uns leider sehr häufig zutrifft, dass am Anfang von unserem Leben steht das Ja oder das Nein oder einfach die Meinung der Menschen rundherum. Also die Meinung der Menschen rundherum spielt eine grosse Rolle für uns. Und die Meinung der Menschen rundherum steht am Anfang und auf dem aufbauend oder als Reaktion auf die Meinung der anderen rundherum bestimmen wir unser Handeln. Und vielleicht kommt auf unser Handeln, kommt dann vielleicht wieder eine Reaktion, aber grundsätzlich machen wir, was wir mit unserem Leben machen, machen wir abhängig davon, was das andere über uns denken. Also zum Beispiel, wenn wir wissen, die Leute rundherum lachen alle mega gerne, dann können wir vielleicht Witze erzählen in dieser Gruppe, dass die anderen lachen und zufrieden sind und uns gerne haben. Dann gibt es eine weitere Variante, das heisst, wir gehen einfach mal ins Leben hinein und sagen, ich mache etwas, was mir passt. Und dann gibt es vielleicht eine Reaktion der Menschen darauf, die sagen Ja oder Nein zu dem, die haben irgendeine Meinung zu dem. Und dann gibt es vielleicht auch noch Gott und der hat vielleicht auch noch irgendeine Meinung zu dem, aber das ist mir gleich. Ich handle einfach, weil ich bin an mir selber und ich mache etwas, was mir gefällt. Und dort kommt dann auch irgendeine Rückmeldung von diesen rundherum zurück. Dann gibt es die Variante, ich würde sagen, es ist die beste Variante, wo wir am Anfang von unserem Leben das Ja oder das Nein von Gott haben. Also ich glaube, grundsätzlich über unserem Leben haben wir definitiv ein Ja von Gott, aber vielleicht nicht zu allem, was wir machen in unserem Leben. Es gibt Sachen in unserem Leben, die vielleicht nicht so gut sind, wo Gott eigentlich eher ein Nein dazu hat. Und wenn wir uns nach dem richten und ganz am Anfang von unserem Leben ein Ja oder Nein zu all dem, was wir machen, von Gott steht und wir uns das Handeln nach dem ausrichten und die Reaktion der Menschen erst nachher kommt, dann beeinflusst die uns nicht mehr. Also wir schauen auf Gott und fragen ihn mal, was er so meint, wie wir leben sollen. Leben er so und er könnte anderen Menschen noch etwas dazu sagen, aber das ist eigentlich ziemlich egal. So hat das Fridolin dann gemacht. Und zwar hat er gesagt, okay, die erste Variante wäre gewesen, ich schaue, wie viele andere Lämpchen zu leuchten, dass ich genug Licht habe. Die ist nicht so effizient und mega anstrengend. Dann hat er das zweite Mal gesagt, okay, ich schließe mich einfach bei mir ein und schaue einfach selber, dass ich ein bisschen leuchte. Und da geht ihm irgendwann noch das Licht aus. Und die dritte Variante wäre, hey, ich schaue auf die Sonne und lasse mich von denen erfüllen lassen. Und ob dann die anderen Lämpchen noch zu mir leuchten oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Und dann gibt es noch eine letzte Variante, das ist so ein bisschen eine Mischvariante, wo wir so am Anfang von unserem Leben, wir wissen zwar, das ist ein Gott, der hat eine Meinung zu Sachen in unserem Leben. Und teilweise bauen wir auf das auf, aber teilweise bauen wir auch ein bisschen darauf auf, was andere Menschen sagen. Also wir mischen das so ein bisschen und schauen es so ein bisschen an. Dort ist es schon noch wichtig, was Gott geht und sagt. Und dort ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, was die Menschen rundherum sagen, was die von mir denken. Und dann mischen wir das ein bisschen und schauen mal, was rauskommt. Jetzt, wenn wir mal herausfinden, was das vielleicht an dem nicht so gut oder gut sein könnte. Im ersten Fall, wenn wir uns von dem, was die Menschen rundherum sagen lassen lassen lassen, dann handeln wir häufig aus Angst und Anerkennung zu bekommen und vielleicht aus Minderwertigkeit heraus, wo wir das Gefühl haben, wir sind selber nicht genug. Wir können selber nicht genug leuchten, wir haben nicht genug Licht selber. Und wir müssen darum bei anderen Licht holen gehen. Es ist mega anstrengend und wir kommen einfach nie zum Ende. Darum für mich nicht wirklich eine Variante, weil es einfach mega anstrengend ist. Und ein Problem haben wir auch, wenn wir auf das Ja oder Nein von den Menschen schauen am Anfang und uns nach dem richten. Und dann sagen wir vielleicht Gott auch noch etwas dazu. Und Gott hat vielleicht noch eine Meinung über unser Leben. Und trotzdem haben wir nicht nach dem gehandelt. Das könnte schwierig werden. Und wenn wir einfach so handeln, einfach ein bisschen leben und dann mal schauen, was die Menschen und Gott dazu sagen, dann haben wir eigentlich überhaupt keine Grundlage. Also nach was wollen wir entscheiden, was wir mit unserem Leben machen? Wenn wir einfach aus uns heraus irgendetwas machen. Also wir wollen eigentlich von nie etwas, das wir hernehmen können und schauen einfach mal, was die anderen Leute und was Gott dazu sagen. Das ist auch meistens ein Wirrwarr. Anders ist der Fall, wenn wir auf Gott schauen. Wenn wir bei ihm starten und schauen, was sagt er zu mir? Was sagt er über mich? Und dann können die Menschen immer noch etwas über mich sagen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Dann handeln wir nicht mehr aus Angst und Anerkennung zu bekommen. Wie bei den Lämpchen, die andere Lämpchen für sich gewinnen wollen. Sondern die Sonne, die musst du nicht für dich gewinnen. Die ist einfach oben im Himmel. Du musst einfach rausgehen. Und dann ist sie da. Das heisst, dort handeln wir eigentlich schon aus einer grundsätzlichen Liebe, aus einer Annahme heraus. Jetzt möchte ich euch damit nicht sagen, dass euch die anderen Menschen rundherum egal sein sollen. Und die Meinung von denen soll euch egal sein. Gleichgültigkeit ist, glaube ich, etwas vom Traurigsten, was es gibt in Beziehungen. Wenn ihr einfach egal ist, wie es um andere geht. Wenn ihr egal ist, was der andere zu dir sagt oder über dich meint. Menschen sollen uns wichtig sein. Menschen sollen uns am Herzen liegen. Aber wenn ihre oder seine Meinung von der Person, die dich beeinflusst, wenn die Gottesmeinigung widerspricht. Ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwierig für uns, weil wir dann wieder nach irgendetwas anderem streben und vor der Sonne weglaufen. Ich habe noch ein zweites Bild für euch bereit. Wir haben hier so eine Waage. Ich weiss nicht, wie gut man es bis hinten sieht. Das hier ist eine Waage mit einem Ja und einem Nein. Und da haben wir Menschen hinten dran. Und da können wir Steine drauflegen. Und da haben wir auch Menschen hinten dran. Und da haben wir noch einen mysteriösen Hang mit einem grösseren Stein. Und ich glaube, das fasst das Ganze so ein bisschen zusammen. Vielleicht sieht man, dass nicht alles von der gleichen Person ist zeichnet worden. Der Hang sticht ein bisschen raus. Merci Nina. Ich glaube, man sieht hier, warum es nicht darauf ankommt. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid die Waage. Und die Menschen rundherum haben irgendeine Meinung zu euch. Viele Menschen bezeichnen das jetzt mal einfach mit Ja oder Nein. Manchmal hat man vielleicht eine differenzierte Meinung über einen Menschen. Also nur, das ist ein cooler Mensch Ja, das ist ein cooler Mensch Nein. Da gibt es noch etwas mehr Taufe. Aber wir werden uns jetzt mal so vereinfachen. Und da gibt es Menschen in eurem Leben. Die stehen hier in Schlangen. Die finden, der Devil ist ein blöder Keib. Der tut mir immer mit einem Zwölfen Heim im Tag. Und mit dem kann ich nichts anfangen. Und die haben eine schlechte Meinung über dich. Die haben eine negative Meinung über dich. Und die kommen sozusagen in deinem Leben mit so einem Steinchen. Und legen das auf die neue Seite deiner Waage. Und dann gibt es Menschen, die sagen, Hey, der Devil, das ist ein richtig cooler. Ich spiele immer mit ihm im Tag. Er tut unseren Gegner immer mit dem Zwölfen Heim. Und darum finde ich ihn eigentlich noch einen coolen Typ. Und die stehen dann bei Ja Schlangen an. Und die legen dort ein Steinchen drauf. Und jetzt sehen wir, warum es so entscheidend ist, in welcher Reihe folgt, dass wir sozusagen unser Leben erleben. Jetzt können wir entweder sagen, wir warten darauf, bis alle Menschen ihre Steine drauf gelegt haben. Und wir versuchen möglichst viele Leute zu überzeugen. Komm doch in die Ja Schlange in meinem Leben, oder? Komm doch hier rüber und leg da ein Steinchen drauf. Das ist das, was Fridolin gemacht hat. Er wollte möglichst viele Lämpchen überzeugen, auf sein Solarpanel zu leuchten. Und ihm Energie zu geben. Das ist genau das, was mega anstrengend wird, wenn wir uns im Leben alle rundherum müssen davon überzeugen, dass sie uns cool finden sollen. Das wird sehr schwierig. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir können davor noch etwas Schlangen stehen. Und jetzt kommen wir zu diesem mysteriösen Hang hier. Und wir fragen, was sagt Gott über mein Leben? Was hat Gott für mich? Für eine Antwort. Und Gott wird definitiv ein Ja über dein Leben haben. Ein Ja zu dir haben. Dann kommt dieser Stein da drauf. Und dieser Stein ist so viel grösser, als alle Steine, alle Kieselsteine, die die anderen in deinem Leben noch auf deine Waage schiessen wollen, dass es einfach keine Rolle mehr spielt. Genauso wie, wenn du als Fridolin die Sonne gefunden hast, wenn du ein Solarpanel an der Sonne hast, wirklich an der prallen Sonne, dann ist es egal, ob du nebendran noch mit einem Taschenlämpli gleich drauf leuchten oder sonst noch irgendein Lämpli nebendran stellst. Denn es ist schon in der Sonne. Gott hat schon ein Ja zu deinem Leben. Und die anderen Leute können immer noch Steine drauf schiessen. Es ist egal. Die Waage bleibt auf dem Ja. Die Waage bleibt dort. Ich will euch zwei Geschichten aus der Bibel vorlesen, die zeigen, wie zwei Menschen unterschiedlich gehandelt haben. In unterschiedlichen Reihenfolgen in diesem Ende. Wir beginnen mit einem Mann an, den man einigermassen kennt. Das ist der Jesus. Und im Markosevangelium, Markos 3, steht die Geschichte. Jesus heilt am Sabbat. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten können. Also, Jesus hat da ziemlich eine klare Botschaft bekommen von seinen Menschen in welcher Schlange das sie in seinem Leben anstehen. Sie hatten ganz, ganz ein klares Nein über sein Leben. Sie haben ganz klar entschieden, wir haben ein Nein zu Jesus. Und wir haben vor allem ein Nein zu dem, was Jesus hier macht. Und Jesus hat gesagt, hey, das ist mir ziemlich egal. Ihr könnt jetzt einfach noch warten. Zuerst frage ich mal, was Gott, was mein Vater für eine Antwort hat zu dem, was ich hier vorhabe. Oder zu der Situation, die ich hier in meinem Leben habe. Und Gott hat da ganz klar ein Ja zu dem, was Jesus macht. Und sagt, hey, ich bin dein Vater, ich bin die Liebe. Und ich habe ein Ja dazu, dass du Liebe verbreitest, dass du Menschen heilst, dass du diesen Mann gesungen machst. Und Jesus ist egal, was die anderen darüber sagen und vor allem auch egal, wie das die anderen handeln. Wenn man dann gehört, dass es heisst, und sie haben nachher einen Plan, mit ihm umzubringen. Also das ist die krasseste Situation in deinem Leben, wo du mit dem konfrontiert bist, wenn du auf Gottes Meinung hörst und er sagt dir etwas, was du in deinem Leben machen sollst. Und du weisst, wenn ich das mache, dann können es sein, dass es ein paar Leute mehr umbringen wollen. Nicht so die alltägliche Situation, aber das ist die krasseste Form davon. Und in unserem Leben erleben wir das vielleicht in kleineren Sachen, vielleicht weniger krass. Aber zum Beispiel, ob wir jemanden anlügen wollen oder nicht. Manchmal wissen wir, wenn wir diese Person anlügen, dann wird diese Person vielleicht ein Ja zu dem haben, welches ich jetzt in meinem Leben zu mir habe. Zum Beispiel, wenn deine Mutter fragt, hast du die Schokolade weggeessen? Und du sagst Nein und läufst sie an, dann wird das Ja dazu ein Ja. Aber das ist ja kein Problem. Um die Schokolade nicht weggeessen zu haben, ist sicher kein Problem. Aber Gott hat nicht das Ja zum Lügen. Und dann bist du im Clinch zwischendrin. Und wenn du zuerst auf Gott hörst und auf sein Ja zur Wahrheit hörst und die Wahrheit erzählst, dann kann es sein, dass deine Mutter in diesem Moment ein Nein hat, weil sie sagt, ich wollte das für ein Schokolade brauchen. Und jetzt ist die Schokolade weg, jetzt haben wir das Problem. Und trotzdem spielt es keine Rolle mehr, weil Gott schon sein Ja zu dieser Handlung hat gezeigt. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel. Und das ist einer, den man kennt. Das ist der Petrus. Der war mit Jesus unterwegs. Und das, was wir vorher gelesen haben, ist da langsam in Erfüllung gegangen. Und zwar wollten sie Jesus wirklich umbringen. Es ist recht klar geworden, dass er das erste gut an das Kreuz gehängt wird. Und vorher hat er noch, hat er Petrus noch mit Jesus geredet. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn geredet. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jüngern beteuerten dasselbe. Dann gehen wir da ein bisschen weiter. Ein bisschen später. Überschrift, von dem heisst Petrus verleugnete Jesus. Schochleiner Spoiler. Während Petrus draussen im Hof sass, ging eine junge Dienerin vorüber und sagte zu ihm, du bist doch auch einer von denen, die zu Jesus, dem Galiläer, gehören. Doch Petrus leugnete laut, so dass es alle hören konnten. Ich weiss nicht, wovon du sprichst, sagte er. Später, als er draussen am Tor war, bemerkte ihn eine andere Dienerin. Und auch sie sagte zu den Umständen, dieser Mann war bei Jesus von Nazareth. Und wieder leugnete Petrus, diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann noch nicht einmal. Ein wenig später kamen andere Umstände und sagten zu ihm, du musst einer von ihnen sein, wir erkennen dich an deinem galileischen Akzent. Wieder sagte Petrus, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Also da haben wir den Petrus, der das Versprechen abgibt. Wo Jesus sagt, ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde zu dir stehen. Und nicht allzu viel später leugnet er ihn dreimal nacheinander, schwört sogar bei Gott, dass er Jesus nicht kennt. Und zwar einfach, weil er Angst hatte. Einfach, weil er immer wichtiger war, was gerade die Frau oder der Mann und all die, die rundherum sind gestanden, von ihm denken, oder auch was sie mit ihm machen würden. Wenn Jesus dort umgebracht wurde, ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie ihn nicht mega gerne hatten, die, die ihn umbringen wollten. Und dann haben sie wahrscheinlich auch nicht eine mega coole Meinung über die Leute, die mit Jesus Zeit verbracht haben. Und darum hat Petrus gefunden, ich stelle das Ja der Menschen oder das Nein der Menschen in Vordergrund. Entscheide mich nach dem und schaue dann, wie die Waage aussieht. Und hat dort entschieden, gegen das, was Gott immer gesagt hat, zu widersprechen. Das waren die zwei Beispiele, wie man handeln kann. Es gibt mehr oder weniger die zwei Möglichkeiten, ob du auf das Ja oder Nein von Gott hörst oder nicht. Und wenn nicht, dann wirst du wahrscheinlich auf das Ja oder Nein von den Menschen hören. Ich habe noch ein paar Beispiele für euch bereit, wie das konkret im Leben vielleicht aussehen könnte. Ein Beispiel, das wir gerade letzte Woche die Leute, die im Konflager waren, haben häufig erlebt, ist ganz etwas Kleines, ganz einfaches, das Aufstehen im Worship. Wenn wir zusammen singen, zusammen vor Gott kommen, haben wir manchmal vielleicht das Bedürfnis, aufzustehen. Wenn wir zwischen dem Hocken wären, haben wir ein Surprise. Dann ist es nicht so das Problem. Dann ist es vielleicht das Bedürfnis, abzuhocken. Und ich glaube, wenn du das möchtest, dann findet es Gott mega cool, weil du das auch machst. Weil es ist eigentlich ehrlich zu dir selber. Wenn du das Gefühlst, ich will aufstehen, ist es ehrlich zu dir selber und auch ehrlich zu Gott, wenn du das machst. Und trotzdem machen wir es häufig nicht. Warum machen wir es nicht? Weil wir wissen, wenn ich jetzt der Einzige bin, der in diesem Raum hier aufsteht, weisst du wie blöd, dass die alle schauen. Aber wenn wir wissen, Gott schaut nicht blöd, wenn ich aufstehe. Gott hat sogar mega Freude, wenn ich für ihn aufstehe. Und das in den Vordergrund stellen. Und zuerst nach dem Entscheiden, dann handeln und dann können die anderen immer noch etwas sagen. Aber wenn wir wissen, Gott legt ein Ja zu meinem Leben auf die Waage. Gott legt dort eine Steine drauf, zu meinem Leben oder auch in einzelnen Situationen, zu dieser Entscheidung in meinem Leben, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was es die anderen Leute rundherum machen. Ich glaube, wir sind alle wirklich sehr, sehr viel mit dem konfrontiert. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Social Media. Also wenn ihr irgendwie auf Insta seid oder so, dann ist das dort noch recht wichtig, was andere über ihn denken. Ihr postet dort ein Bild und die meisten von euch denken auch nicht, ja Gott hat es schon geliked. Und jetzt ist es eigentlich egal, wer alles es sonst noch liked. Weil Gott, ich gefalle ja Gott und das Bild, das ich da gemacht habe, das gefällt Gott auch. Jetzt ist es egal, was die anderen denken, sondern vielleicht seid ihr dreimal am Tag oder zehnmal am Tag oder fünfzigmal am Tag auf Insta und schaut, wer hat alles mein Bild jetzt noch geliked und wer hat es noch nicht geliked. Wer legt alles ein Ja zu dem Bild auf die Waage und wer legt alles ein Nein zu meinem Bild auf die Waage. Dann seid ihr definitiv nicht frei. unabhängig, sondern abhängig davon, was sagen die anderen, was machen die anderen, was denken die anderen. Wenn du aber mit einem Ja von Gott durch dein Leben gehst, sollte das eigentlich keine Rolle spielen. Und das bringt mich ehrlich gesagt immer wieder selber zum Denken und da realisiere ich aber, wie wenn ich dann vielleicht noch ein Ja von Gott in meinem Leben wirklich spüre. Weil es mir nämlich sehr wichtig ist, was die anderen über mich denken. Weil es mir wichtig ist, ob die anderen blöd schauen oder nicht, wenn ich aufstehe. Weil es vielleicht manchmal entscheidend ist, wie viele Leute, dass wir an diesem Tag jetzt geschrieben haben, und wie viele nicht. Weil ich alle fünf Minuten das Handy checke, um zu schauen, ob mir irgendjemand geschrieben hat. Weil ich irgendwie Angst habe, etwas zu verpassen. Angst davon, dass die anderen Leute mich nicht genug gerne haben, oder dass mich nicht genug Leute gerne haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist definitiv die Meinung von den Menschen, die hier Schlangen stehen, sehr wichtig. Und ich mache die Abrechnung vorwag, wahrscheinlich eher nachdem, dass die Menschen etwas draufgelegt haben, als nachdem, dass Gott etwas draufgelegt hat. Ich habe noch ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. Und zwar, in der Gimmerzeit war ich in der Schule ziemlich ein Arsch, habe ich das Gefühl. Vielleicht bin ich das immer noch, aber einmal konkret, wirklich. Ich habe mich dort komplett anders verhalten, als ich das zum Beispiel hier in diesem Umfeld mache. Und habe dort wirklich ziemlich eine Maske aufgesetzt. Schon nur an Sprache hat man das vielleicht gemerkt, viel mehr im Fluchen gewesen, viel anders geredet, viel weniger liebevoll miteinander umgegangen, viel mehr auf mich selber geschaut. Das war viel wichtiger, dass es mir gut geht. Und auch wichtig gewesen, dass die anderen einen gerne haben, dass man im Zentrum vor der Klasse steht, dass man nicht der Einzige ist, der hinten rechts in der Ecke sitzt oder so. Und dort habe ich gemerkt, hey, eigentlich ist das so gleich, was die anderen Menschen denken. Weil, was bringt es mir, wenn ich überlege, der, der mich immer sieht, ist Gott. Und der hat wahrscheinlich ein riesen Schmunzeln auf dem Gesicht, wenn er sieht, was macht er hier für ein Theater in seinem Leben, läuft durch eine Tür und dann plötzlich ist er ein ganz anderer Mensch. und dann läuft er wieder durch eine andere Tür und dann ist er wieder ein anderer Mensch. Weil, Gottes Meinung über uns, die bleibt immer gleich. Egal in welchem Raum, dass wir uns befinden, egal wie viele Leute es da sind, egal was für Leute es da sind, Gottes Meinung bleibt immer gleich. Er wechselt nicht die Schlange. Es gibt vielleicht viele Leute in unserem Leben, wo wir merken, auch, jetzt ist es gerade entscheidend. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ähm, bei dieser Abstimmung, ähm, ich lehne jetzt die Kampfjets ab und die andere Person ist völlig ein Kampfjets-Befürworter. Ähm, der wechselt auch vielleicht gleich schnell Schlangen bei uns im Leben und steht bei einer anderen Schlange und hat mich nicht unbedingt gerne. Dann merken wir, die Leute rundherum, die sind, das ist nicht zu schaffen für uns. Wir können uns das gar nicht erarbeiten. dass alle Leute bei uns im Leben auf der Seite vom Ja stehen. Dass alle Leute alles in unserem Leben gut finden und uns immer gerne haben. Und dass alle Leute auf der Welt uns die Coolsten finden. Ähm, das werden wir nie arbeiten. Ähm, müssen wir auch nicht arbeiten. Das ist mega, mega ermüdend. Ich habe das so anstrengend gefunden in meiner Gymnasie. Ähm, darum bin ich auch viel daheim geblieben. Ähm, mich, mich immer zu verstellen ähm, und dort immer eine Maske aufzusetzen, immer anders zu verhalten, als ich eigentlich wirklich bin. Und ich wünsche mir mega, für uns alle, dass wir auch, ich bin überzeugt, ja, ihr müsst es jetzt anlegen, aber ich bin überzeugt, wir haben ja auch hier recht viele Masken an. Ähm, und, obwohl wir das vielleicht gar nicht umdenken müssten. Weil wir eigentlich alle wissen, Gott steht in meinem Leben in die Ja-Schlange und Gott steht auch in allen Leben von denen hier rundherum in die Ja-Schlange. Ähm, ähm, und wie konkret, dass wir das in unserem Leben umsetzen können, da habe ich leider auch nicht die optimale Antwort parat. Sonst wäre es in meinem Leben auch noch etwas schöner, wenn es mir ganz egal wäre, was die anderen rundherum denken, oder wenn das nicht das ist, das bestimmt, wie sie in meinem Leben leben. Ähm, aber eine Variante ist sicher, dass wir zuerst einmal Gottes Meinung überhaupt kennenlernen. Weil wenn wir nicht wissen, was Gott gut findet, was Gott gefällt, was Gott über uns denkt, dann wird es schwierig. Das können wir zum Beispiel in diesem coolen Buch hier, in der Bibel, wir können es auch, ähm, im Austausch miteinander, wir können es mit Liedern, wie wir es hier machen, wir können es im Gebet, in der Zeit mit Gott, Predigtail oder Inputs hören, es gibt ganz viele Möglichkeiten für die Meinung überhaupt ein bisschen besser kennen zu lernen. Dann wissen wir schon einmal, was sagt er. Ähm, und dann ist es ganz einfach, und dann müssen wir einfach nach der Meinung von Gott leben. Ähm, leider nicht mega einfach eben. Aber, ähm, wenn wir Gottes Meinung schon einmal kennen, wenn wir wissen, bei was für Sachen in meinem Leben steht er in der Ja-Schlange und was Gott steht manchmal auch in der Neu-Schlange. Nicht in der Neu-Schlange von dir, aber in der Neu-Schlange von Sachen, die du ummachst. Wenn du irgendwo Zeug hast gestalten oder wenn du jemanden umgebracht hast, ich glaube nicht, dass dort Gott in der Ja-Schlange steht. Ähm, und das ist auch gut so, und Gott steht gleich in der Ja-Schlange für dein Leben, für dich selber. Und, äh, dort können wir echt versuchen, ihn immer besser kennen zu lernen, immer mehr Zeit mit ihm zu verbringen, und herauszufinden, was er eigentlich über uns wirklich denkt. uns gegenseitig auch in diesem ermutigen. Ich habe noch einen letzten Bibelfers für euch, und ich will noch den erzählen, weil ich habe heute noch an diesem Input fertig vorbereitet, und, ähm, ich habe dazu ein wenig Worship gehört, und weil ich viel zu viel behaupte, die Musik runterzuladen, habe ich das auf YouTube gehört, immer mühsam mit Werbung dazwischen. ähm, und dann, bei meinem Handy ist es noch mühsamer, weil immer, wenn eine Nachricht reinkommt, wird die Musik so ein wenig leisliger, und dann wird sie wieder läuten, und das heißt, jedes Mal, wenn eine Nachricht reinkommt, merke ich das. Ähm, ist auch ein Bereich gewesen, wo ich gemerkt habe, wie fest es mich interessiert, was andere über mich denken, was andere mir schreiben, weil ich, egal wo immer Worship bleibt, wenn plötzlich die Musik runtergegangen ist, und zuerst war ich am Montag, dachte ich, nein, nein, ich schaue jetzt nicht auf das Handy, und dann, zwei Sekunden später, gleich habe ich geschaut, weil ich gemerkt habe, ja, wer hat mir jetzt da noch geschrieben, ähm, und heute ist Ottmusi gliesliger geworden, und, äh, aus Reflex habe ich, bin ich auf das Handy geschaut, und leider ist es nicht eine WhatsApp-Nachricht, sondern meine Bibel-App, ähm, und es hat mir ein Spruch, äh, ein Psalm, ähm, ausgespäutert, Psalm 27, Der Herr ist mein Licht, er rettet mich, vor wem sollte ich mich noch fürchten? Also, zurück zum, zum Fridolin, nicht, Menschen rundherum, nicht, du selber, oder irgendjemand, ähm, ist das Licht in deinem Leben, sondern, Gott ist das Licht in deinem Leben, Gott ist der, der immer wieder auf dein Solar-Panel scheint, und dich, immer wieder mit Energie, mit Liebe, mit Hoffnung, erfüllt, und, wenn du immer in der Sonne sein kannst, vor was solltest du Angst haben, was soll dich interessieren, wie viele Lämpchen zu dir gerichtet sind, wie viele nicht, wenn du bei der Sonne, wo es so viel mehr Energie, so viel mehr Licht gibt, kannst du tanken. Ich würde noch gerne zum Abschluss beten. Ja, du siehst, was für eine grosse Rolle das in unserem Leben häufig spielt, was andere über uns denken, und wie sie mit uns umgehen, und wie sie reagieren darauf, was wir machen in unserem Leben, bitte dich wirklich, dass du immer wieder diesen riesigen Stein auf die Seite des Ja in unserem Leben legst, und uns zeigst, dass es so egal ist, und die Lage nicht mehr kippen, egal wie viele Menschen einen Stein auf den einen Seite legen, weil es einfach kein Gewicht hat, weil es nichts ausmacht. Herr, du bist den, was mir und uns Licht gibt im Leben. Du bist die Sonne, die so viel stärker, so viel grösser ist, als alte kleine Solarlämpchen, die einfach keine Auswirkung haben, und keine Rolle spielen, Herr. Schenke uns immer wieder Gewissheit, wie gross dein Ja ist, und was du zu unserem Leben und zu dem, was wir machen denken, und schenke uns Freiheit davon, Angst zu haben, und abhängig zu sein von dem, was andere über uns denken, Herr. Amen.